Herzlich willkommen zu Stadt, Land, Wolf. Okay, machst du? Soll ich zählen zuerst? Ja, okay. A. Stopp. G. Ich bin nicht ready, ja. Hä? G. Okay. Was ist das denn? Ach so, nicht nur extra, geht auch, ne? Okay. Ja, beides, oder? Habe ich jetzt. Hä? Hä? Oh nein, ey. Nur 90 Sekunden? Ich bin leicht. Ne. Oh Gott. Sonst sind wir doch so gut da drin. Stimmt. Boah, ich schreibe so eine Möw. Ja, ne, das wird nichts mehr. Okay, Fußballbegriff? Habe ich nichts. Goalie? Oh mein Gott, das ist richtig gut. Danke. Okay, frage mal die 20. Ich habe niemanden. Gustavo? Das stimmt, glaube ich. Irgendein Gustavo. Sicherlich. Der war bestimmt mal. Nein, der, ja. Ich wage mich zu erinnern. Schlechter Ort fürs erste Date. Ich finde, im Gefängnis ist es nicht so cool. Ne. Ich habe Gartenhütte. Also für nur 10. Ja. Ja. No-Go. In der Beziehung habe ich nichts. Das ist auch auf derselben Ebene. Gartenhütte. No-Go. Habe ich auch nichts. Dafür gibt es Ärger vom Trainer. Wenn du ins Gefängnis eingewiesen bist. Was hast du? Gefängnis, ey. Ich habe Graspflücken. Oh, das war cool. Zählt meins? Wenn du ins Gefängnis gehst? Ja. Es gibt schon Ärger, bist ja nicht mehr im Training. Ja. In erster Linie vom Trainer gibt es da Ärger. Grund für eine rote Karte? Ne Kretschen. Mhm. Ich habe G-Fehler. Oh, ja. Aber so einen schlimmen G-Fehler. Hast du jetzt am Anfang so? Ja. Nee, oder nee. Ball ist wo ganz anders und man gibt so richtig heftigen G-Fehler einfach. Okay. Hast du Erfahrung mit? Nein. Okay. So. 50 Punkte. Ich auch. Okay. Ich mache A. Stopp. I. Oh mein. Okay. Ähm. Ja, doch. Sehr. Aber bei I darf man jetzt nicht so im Wald oder so nehmen, ne? Okay. Boah. Diana. Auf für den Diana. Nein. Ich schreibe überall nur so ein I am Anfang, aber ich schreibe es nicht so hinter. Boah. I ist aber auch echt schwer. Also. Oh Gott, das ist schlecht. Das geht nicht. Es gibt außer Igel gibt es kein Wort mit I. Also ich habe noch eins. Aber wirklich auch nur eins. Okay. Ähm. Okay. Ne. Das ist ne... Boah. Das ist ne Lederunde. Das ist wirklich richtig gut. Wie viele hast du... Eins. Ich habe zwei. Ein geiles Fußballbegriff. Nein. Innenverteidiger. Oh mein Gott. 20 Punkte. Die einfachsten 20 Punkte. Ähm. Ex-Wolf. Ne, ich auch nicht. Schlechter Ort fürs SLA. In der Insel. Kannst nicht spielen. Ja, ist gut. Ich habe nichts. Logo in der Beziehung. Habe ich auch nicht. Igelfrisur. Geht leider gar nicht. Ja. 20 Punkte, ne? Bei den anderen beiden habe ich mir nichts. Ne, ich auch nicht. Ey, 40 Punkte mit zwei Begriffen. Wahnsinn. Das ist so schlecht. Okay. A. Stopp. B. Wann hast du angefangen zu zählen? Ich bin zu langsam. Boah, ich bin nur schlecht. Oh mein Gott. Ich bin wieder super schlecht. Nichts in meinem Kopf. Nichts. Wir haben das zu oft gespielt. Das sind die Lichter hier. Ne, wir haben das zu oft gespielt. Boah, hier hole ich einen raus. Ah, ja, das zählt noch hier. Schreib zu Ende. Der Stift funktioniert eh nicht. Aber ich weiß, was ich da stehen haben will. Fußballbegriff. Ball. Ball. Was gibt's dann? Fünf? Ja, ich bin. Okay. Ja, schwach. Wieder niemanden. Ich hab keinen Ex-Wolf. Aber ich verschwende auch, also überspringe ich immer sofort ehrlich gesagt. Oh mein Gott, mein schlechter Ort fürs erste Date. Badewanne. Oh, okay. Ähm, Bärengehege. Ja, ist gut. No-Go in der Beziehung. Bindungsangst. Boah. Alles schon krass. Ja, stark. Ich hab da nix. Aber das ist... Alles schon krass. Ach, das ist stark, ja. Ähm, dafür gibt's Ärger vom Trainer. Barhopping. 20. Also mein Grund für die rote Karte ist ein bisschen arg interpretiert. Wenn du Ball wegschießen, weißt du, wenn du schon gelb hast, kriegst du nochmal gelb. Ich hab auch Ball wegschießen. Perfekt. 5. So, Mist. 10. 40. 40. Hast du auch 40? Mhm. So. Ich hab 110. 130. 13. Wunsch. Danke. Danke. Ah, super. Super.